So, hallo meine Lieben, ich habe gehört, ihr habt mich vermisst und hier vielleicht auch gleich mal zur Entschuldigung. Ich weiß, es gab seit ein paar Wochen keine Updates mehr von mir, aber ich kann euch beruhigen, ich höre nicht auf mit den Aktienvideos, ich werde auch diesen Kanal hier nicht auflösen oder sonstiges. Nein, ich werde weiterhin ganz normal auch in Zukunft mehr Aktienanalysen machen, wieder Aktienvideos drehen. Zum Hintergrund, was ist die letzten Wochen passiert? Ihr habt ja mitbekommen, ich habe noch einen Zweitkanal eröffnet, habe den am Anfang so ein bisschen gepusht, aber das war auch gar nicht der Plan, dass ich da jetzt komplett meine ganze Zeit rein investiere. Nein, ich wollte auch weiterhin hier meine Videos drehen auf dem Aktienkanal und dann bin ich aber leider gesundheitlich auch ein bisschen länger ausgefallen und deswegen gab es jetzt auch in letzter Zeit auch ein bisschen länger, als ich gewollt habe, eben keine Videos mehr auf dem Kanal. In Zukunft wird sich das Ganze aber wieder normalisieren, das heißt, ich werde auch hier wieder regelmäßig Videos machen. Und auch hier, ja, nichts Lebensbedrohliches, keine Sorge, aber es hat mich schon ein bisschen stärker erwischt die letzten Wochen. Und jetzt bin ich aber wieder fit und ich habe mir gedacht, hey, dann starten wir doch mein Comeback wieder mit einem Depot-Update, wo ich mal so ein bisschen wieder einen Gesamtblick gebe, einfach auf ganz, ganz viele einzelne Einzeltitel und auch insgesamt so ein bisschen vielleicht auf meine Strategie und was einfach die letzten Wochen. Wir schauen deswegen jetzt einfach mal direkt in mein Depot rein. Was hat sich in den letzten Wochen getan? Und auch hier, mein Depot ist auch weiterhin, wenn man sich mal hier von der Analyse mal ein bisschen beschäftigt, ja, mein Depot besteht weiterhin aus den gleichen Aktien, die ihr bereits kennt. Ein Paradox, ein SoFi, Meta, Tesla, Palantir, Amazon, Microsoft, Oddity. Das sind so ein bisschen die Top-Positionen, ja. Ich bin weiterhin relativ stark gewichtet in Einzeltitel und, ja, mein letzter Kauf oder mein letzter Verkauf liegt tatsächlich ein bisschen zurück und war hier Nvidia und das auch schon im Juni. Das heißt, wenn wir hier mal rübergehen, kann man, ja, es ist etwas zu früh, aber man kann zumindest mal hierauf zurückblicken und sagen, der Teilverkauf war jetzt nicht ganz falsch. Ich habe ihn ja hier ungefähr in dem Zeitraum verkauft, weil ich schon gesagt habe, hey, es wird mir wieder ein bisschen zu viel in der Bewertung von Nvidia. Die ganzen Fantasien werden einfach zu viel. Ich bin weiterhin sehr bullisch gegenüber Tech eingestellt, auch langfristig. Und ihr wisst ja, ich war vor vielen Jahren schon sehr bullisch auch gegenüber dem Chip-Sektor. Aber es wurde auch meiner Ansicht nach ein bisschen Zeit. Hier mal ein bisschen Gewinne mitzunehmen. Deswegen ist bei mir Nvidia jetzt auch nur, ja, nur noch mit 4,28% gewichtet. Ich habe es aber weiterhin im Depot und ich werde auch Nvidia weiterhin im Depot halten. Genauso wie AMD und ASML ebenfalls. Ich habe mir auch nebenher noch ein paar andere Aktien angeschaut, die ganz interessant sind aus dem Chip-Sektor. Aber da ist eben vieles, ja, ich würde schon sagen, ein bisschen zu viel Fantasie drin. Ich glaube, da muss man noch mal ein bisschen stärker abwarten, bis die Fantasie ein bisschen zurückkommt. So, jetzt blicken wir trotzdem mal auf die anderen großen Positionen bei mir und ich gebe euch so ein bisschen mal Feedback für die letzten Wochen. Und in den nächsten Wochen werden wir dann aber wie gewohnt wieder uns schöne Aktienanalysen anschauen, die Unternehmen einfach tiefer im Detail anschauen. Und hier vielleicht zunächst einmal der Blick, ja, auf Paradox Interactive weiterhin meine Top-Position. So, was ist bei Paradox passiert? Paradox hat ja auch Quartalszahlen geliefert und die waren insgesamt auch gar nicht so schlecht, ja. Also wenn man hier auch mal auf Paradox rüberblickt, das, was die Analysten erwartet haben, das wurde jetzt nicht ganz erreicht, wobei die Analystenschätzungen in den Earnings zu hoch waren, weil da eben nicht alle Analysten eben diese Abschreibung schon mit reingenommen hatten, die aber offensichtlich war. Umsatz war aber stärker und man sieht auch schon hier, kurz nach den Quartalszahlen ist der Aktienkurs auch deutlich nach oben gedreht. Ist dann aber durch diese ganze Verkaufskrise und die wir auch mit Japan gesehen haben, ist auch hier Paradox ein bisschen unter Druck geraten. Aber wir sehen hier auch, der Aktienkurs hat sich in den letzten Wochen stabilisiert, seit Mai. Und ich blicke immer noch eigentlich idealerweise auf einen Kurs von unter 120 schwedischen Kronen, wo ich meinen nächsten Nachkauf tätigen würde. Ich denke hier, um den Dreh um die 120 bis 115 schwedische Kronen haben wir eine sehr gute technische Situation, weil hier wirklich eine starke Widerstandszone einfach fungiert, die hier seit Jahren im Grunde gehalten hat. Und fundamental ist natürlich auf dieser Ebene, muss man sagen, dass natürlich auch die Cashflow-Rendite sehr hoch ist. Paradox ist aus dieser Hinsicht auch weiterhin mit seinen Produkten sehr gut vertreten. Und wenn wir hier auch einfach mal auf die letzten Quartalszahlen blicken, der Cashflow ist schon sehr, sehr stark für das Unternehmen. Die Gewinne, wie gesagt, die leiden weiterhin, weil wir eben Abschreibungen durchziehen. Und da stellt sich mir weiterhin auch der Gedanke, ob das jetzt schon alles war oder nicht Bloodlines 2. Man hört immer noch relativ wenig über Bloodlines 2. Ob das dann am Ende nicht auch abgeschrieben wird, wenn das passiert, dann haben wir einen richtigen Schlag im Bereich Capitalized Development. Das heißt, es wird dann einen ordentlichen Schlag geben. Also wenn wir hier mal drauf blicken, 30.06. da waren jetzt knapp 946 Millionen in den Capitalized Developments, also aktivierte Projektkosten mit drin. Und davon ist ein Großteil eben Bloodlines 2. Wenn Bloodlines 2 jetzt doch noch gestrichen wird, dann liegt ein großer Teil von diesen Capitalized Developments in die Earnings rein. Das heißt, es würde nochmal einen negativen Schlag geben. Vielleicht reagiert dann der Markt darauf nochmal negativ. Aber an den Cashflows und meiner Cashflow-Rendite, Cashflow-Berechnung für die nächsten Jahre, ändert sich rein gar nichts. Das heißt, wen es interessiert und er es noch nicht gesehen hat, ich blende es mal oben rechts ein. Das letzte Update zu Paradox Interactive, wo wir ein bisschen tiefer in die Details gegangen sind, das bleibt auch weiterhin im Endeffekt aktuell. Und der Investment Case, den ich auch damals ausgelegt habe, auch der ist weiterhin aktuell. Das heißt, ich blicke hier jetzt ganz explizit bei Paradox auf ein Kurslevel so um die 115, 120 schwedischen Kronen, wo ich weiter aufstocken würde. Und das heißt auch, meine größte Position etwas weiter füttern würde. Meine zweitgrößte Position ist ja SoFi. Und bei SoFi, ganz ehrlich, ich klinge hier wie eine gebrochene, kaputte Spielplatte. Wie sagt man es? Festplatte? Nee, ihr wisst, was ich meine. Hier geht es darum, dass hier auch die letzten Quartalszahlen sehr gut waren. Genauso wie all die Quartalszahlen davor, läuft es bei SoFi einfach. Wir sehen hier weiterhin ein deutlicher Anstieg bei den ganzen Member-Zahlen. Auch hier, wir sind schon seit einigen Quartalen ständig über eine halbe Million Member pro Quartal. Und tendenziell steigt auch die absolute Zahl an. Das heißt, eigentlich bin ich schon eher davon ausgegangen, dass wir mittlerweile hier im Q2 irgendwo unter 40% jährlicher Wachstumsrate sind. Wenn wir das einigermaßen halten können und dann vielleicht in den nächsten Quartalen um die 30 gehen, müssen wir überlegen, irgendwann wird das dazu führen, dass wir jedes Quartal über eine Million neue Member bekommen. Das wird nicht ins Unendliche gehen, solange SoFi eben nicht auch geografisch expandiert Richtung Lateinamerika oder Europa. Aber dennoch, die Member-Wachstumszahlen sind sehr wichtig, weil Member sind Kunden, Member sind Mitglieder in dem Fall, also sind Kunden der Bank. Und wenn du mehr Kunden hast, nutzen diese Kunden eben auch mehr Produkte. Auch das ist hier weiterhin mit sehr schönen Zahlen verbunden. Und man muss sagen, also aus dieser Hinsicht passt alles bei den Galileo-Accounts. Das heißt, es ist der ganze Fintech-Arm, auch hier ein schöner Anstieg. Ich bin mit dem Umsatzwachstum, bin ich etwas enttäuscht, das muss ich schon sagen. Aber ich habe auch gesagt, ich werde SoFi hier vor allem im Fintech-Bereich ein bisschen mehr Zeit lassen, weil eben es sehr schwierig ist, sofort diese großen Bankkunden innerhalb weniger Quartale für eine Plattform zu gewinnen und dort auch den Umsatz zu sehen. Wir sehen aber grundsätzlich, dass meine Grundthese durchaus richtig ist. Das heißt, die ganzen Banken in den USA investieren jetzt doch wieder verstärkt in den Bereich Banking-Core und Infrastruktur und IT-Infrastruktur. Und ich denke immer noch, dass hier SoFi mit seinem Fintech-Arm einiges auch an Marktanteile gewinnen wird können. Wichtig ist hier eben die Kombination. Das heißt, wir haben hier den Fintech-Arm und eben für die Privatkunden ebenfalls eine Expansion der Produkte. Also ich will beides sehen. So, das heißt, hier überall wachsende Zahlen. Das Interessante ist auch hier, hat jetzt SoFi erstmalig eine neue Folie hier mit eingefügt, in der es darum geht, dass wir hier die Ausfallrate der Kredite sehen. Das ist etwas, was bei SoFi ganz oft von den Bären bemängelt wurde, dass man hier in diesem Umfeld zu intransparent ist. Und dann haben die dort ganz, ganz viele Dinge reininterpretiert, die so aber gar nicht eintreffen. Das sehen wir hier auch. Die ganzen Ausfallraten von SoFi's Produkten, Kreditprodukten, liegen unterhalb des historischen Schnittes von 2017. Das heißt, auch viele Personen gehen jetzt hin und sagen, oh 2024, wir haben so viel Kreditausfallraten und irgendwie wird es auch SoFi treffen. Bisher sehen wir das noch nicht. SoFi sagt hier zum Beispiel auch, eigentlich müsste der Anstieg der Ausfallraten massiv zunehmen, damit man irgendwie hier noch auf das Level von 2017 kommt. Dadurch, dass ein Großteil dieser Kredite ja schon zurückbezahlt wurde und nur noch der Restbetrag, also der Restteil der Kredite, wenn die ausfallen und zwar deutlich überdurchschnittlich ausfallen, erst dann kommen wir irgendwo auf ein Level von 8%. Also hier auch ganz interessant. Wer es bisher noch nicht gesehen hat, gerne mal den Quartalsbericht durchlesen. Eine Folie, die wir bisher nicht hatten, jetzt mit drin ist, auch als direkte Reaktion vielleicht auf die ganzen Bear Cases. Dem Aktienkurs hat es zumindest noch nicht viel gebracht. Also wir sehen hier wieder, man hat hier die Erwartungen deutlich geschlagen, aber der Aktienkurs bewegt sich mal wieder nicht. Also deswegen sage ich ja auch, ich höre mich an und wiederhole mich hier. Aber an sich auch, wenn wir mal die Zahlen anschauen, dann geht es hier auch wieder in die Q3 Guidance. Und ich glaube, das ist etwas, was wieder komplett, wie soll ich sagen, von den Analysten nicht so richtig angeschaut wurde. Denn SoFi hat hier wieder eine richtig schöne Guidance rausgehauen für das Q3. Man sieht hier 4 Cent EPS, also Gap Net Income positiv. Schöner Anstieg im Umsatz. Und man merkt einfach, SoFi ist weiterhin in einem richtig schönen Wachstumsmodus. Und wenn wir hier einfach mal auf den Ausblick 2026 gehen, wo SoFi versprochen hat, wir werden bis zu 80 Cent Gewinn euch bringen im Jahr 2026, dann ist die SoFi-Aktie aufgrund dieser Daten massiv unterbewertet und zwar weiterhin massiv unterbewertet. Ganz klar, in der SoFi-Aktie wird jetzt aber noch dieses Risiko abgebildet im Sinne von, ja, wenn die Wirtschaft zusammenbricht, dann werden die Kreditausfallraten steigen, dann wird es auf SoFi schlecht gehen. Das heißt, man interpretiert jetzt hier eher aus makroökonomischen Gesichtspunkten wieder sehr viel in das Geschäftsmodell von SoFi rein, was wir aber bisher gar nicht sehen. Also ich gehe immer noch davon aus, dass wenn hier der Knoten irgendwann platzt und wir vielleicht nicht in eine Rezession reingehen, werden die ganzen Short-Seller hier zum einen massiv ihre Short-Position schließen müssen und zum anderen werden dann massiv auch wirklich Investoren in SoFi reinfließen, weil das, was SoFi seit Quartalen uns abliefert, ist einfach genial, ist einfach phänomenal und ich bleibe weiterhin bei SoFi investiert. Der letzte Quartalsbericht hat mich weiterhin überzeugt, dass es einfach wirklich sehr, sehr gute Zahlen sind. Ja, am Ende gab es wie immer auch eine Guidance-Erhöhung und ganz cool fand ich auch die Frage, als Anthony Noto gefragt wurde, hey, Anthony, wie sieht es aus? Denkst du, deine Guidance ist so aggressiv, irgendwie für dieses Jahr 2026 oder so? Und dann war seine Antwort drauf, ja, ich denke nicht, dass der Markt uns belohnt für unser bisheriges Ergebnis, deswegen, wieso sollte ich überhaupt auf die Idee kommen, eine zu aggressive Guidance rausgeben, wenn der Markt uns ohnehin nicht für das belohnt, was wir machen. Ja, das heißt, dann stapel ich wahrscheinlich eher tendenziell wieder gedanklich ein bisschen niedriger und bringt ja eh nichts. Wenn ich zu hoch stapeln würde, würde der Markt mir ja eh nicht danken, deswegen tue ich eher recht konservativ planen. Das heißt, auch hier wieder, die Guidance, die wir hier sehen, wird höchstwahrscheinlich wieder von SoFi geschlagen werden. Ich blicke hier bei SoFi auch vor allem auf die technische Entwicklung, das heißt, ich will auch sehen, was der Fintech-Arm liefert und vielleicht auch was gegen Ende des Jahres so als Produktinnovation kommen. Im Kreditkartengeschäft hat man einiges angekündigt. Also hier bleibt vieles sehr, sehr spannend und ich finde immer noch, dass SoFi mit, eine Mid-Cap-Aktie ist, ja, Small-to-Mid-Cap-Aktie, die enorm vielversprechend ist und deswegen ist sie auch weiterhin bei mir als zweitgrößte Position. So, über die Großen gehe ich jetzt einfach mal ein bisschen drüber, ja, Meta gehört bei mir mit zu den Top-Performern einfach, seht ihr hier. Ich glaube, der Kauf war auch damals richtig und ich habe ja auch damals auch euch gesagt, wieso ich Meta deutlich auch nachgekauft habe, weil eben ich damals diese Bedrohung durch TikTok massiv für überbewertet hielt, ja, diese Meinung und zum anderen die kurzfristigen Investitionen meiner Ansicht nach vom Markt komplett falsch dargestellt wurden, nämlich, dass man dadurch nur eine Utopie verfolgt von vielen, vielen Jahren. Ich habe ja schon damals gesagt, nein, schaut genau hin, diese Investitionen, die für eine Reduktion im Cashflow sorgen, die führen dazu, dass man eben auch relativ kurzfristig schon über die Reels die Kundenstärke wird an seine Plattform binden können und dadurch dann auch den Werbeumsatz wird erhöhen können und dass diese Investitionen schon kurzfristig einen positiven Effekt mit sich bringen werden und wir sehen auch bei Meta, ja, auch bei Meta waren die letzten Quartalszahlen wieder sehr, sehr gut. Also für mich wieder vollkommen die richtige Entscheidung getroffen, hier Meta von den großen Big Tech Unternehmen hier ein bisschen auch überzugewichten, war meiner Ansicht nach richtig. Ihr seht auch, ich habe weiterhin zum Beispiel keine Apple im Depot, halte ich immer noch für zu teuer. Ich habe Tesla im Depot, ich denke hier Tesla wird auch profitieren, wenn wir in den USA auch wieder sinkende Zinsen sehen, das ist schon deutlich länger, als ich eigentlich gedanklich geplant hatte oder gedanklich mir vorgestellt hatte. Deswegen leidet auch der Aktienkurs von Tesla zum Beispiel oder auch von Enphase, aber das sind beides Aktien, sowohl Tesla als auch Enphase, wo ich sage, die werden ganz stark profitieren, wenn eben die Zinsen sinken, weil, und das ist die Grundaussage, sowohl das Produkt von Tesla, nämlich Autos, als auch das Produkt von Enphase, nämlich Solarinstallationen, die sind massiv abhängig von Finanzierungen. Das heißt, die Kunden gehen nicht hin und sagen, oh, ich habe jetzt hier 60.000, 70.000 Euro in der Tasche, ich kaufe mir einen Tesla Bar. Nein, das passiert in den seltensten Fällen, sondern die sagen, ich muss mir einen Autokauf finanzieren oder ich will mir einen Autokauf finanzieren. Bei Enphase genauso mit den Energiesystemen. Deswegen beide werden meiner Ansicht nach enorm profitieren, wenn die Zinsen fallen. Das dauert deutlich länger, aber das wird irgendwann kommen. So, dann sehen wir hier Palantir. Auch das, ich denke, meine Käufe waren damals genau zum richtigen Zeitpunkt. Wir können hier mal sehen, deine Holdings. Dann schauen wir uns an vom Kursverlauf her, wann ich hier die Käufe getätigt habe. Die waren ja vor allem Anfang 2022 und ich habe hier Zukäufe getätigt für 9,86 Euro, 12,65 Euro, 7 Euro. Eine Aktie, die ich sehr, sehr lange verfolgt habe, die mir eine Zeit lang extrem teuer erschien und ich erst gewartet habe, bis der Aktienkurs in meine Range reinläuft, wo ich sage, okay, zu diesem Kurs möchte ich diese Aktie haben. Die ist reingelaufen, ich habe gekauft und seitdem geht es eigentlich ganz gut auch bergauf. Insgesamt jetzt 200% Ergebnis-Performance erzielt. Aber hier, ganz ehrlich, ich spiele immer mit offenen Karten und vollkommen transparent. Das heißt, ihr könnt auch hier wieder mein Depot, wie immer, unten gibt es einen Link, einfach draufklicken und ihr könnt alles ansehen. Jeder Kauf, komplett transparentes Depot. In der Minute, wenn ich einen Kauf tätige, könnt ihr auch weiterhin hier diese Push-Benachrichtigungen bekommen und ich werde in Zukunft auch wieder Aktien kaufen, also keine Sorge. Deswegen weiterhin meine Aufgabe, vollkommen transparent zu sein und weil ich transparent bin, muss ich auch sagen, dass die Bewertung bei Palantir langsam, auch wenn das letzte Quartalsergebnis auch wieder sehr, sehr stark war. Sehen wir auch hier, der Aktienkurs ist massiv gedreht nach den Zahlen. Also wir sind hier nochmal 40% nach oben. Es gab ja im Kurzen diesen Crash, sage ich mal, diesen Japan-Crash, nenne ich ihn mal. Danach ordentlich nach oben gedreht. Die Quartalszahlen waren sehr gut, aber irgendwann muss man auch sagen, naja, wann nimmt man vielleicht wieder einen kleinen Tick, ähnlich wie bei Nvidia, einen kleinen Tick mit. Ich finde noch nicht, dass es jetzt im Moment der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Dazu sieht es auch technisch noch nicht danach aus, aber ich finde, dass wenn der Aktienkurs von Palantir jetzt vielleicht auch nochmal in den nächsten Wochen steigt, vielleicht auch Richtung 44, 45 US-Dollar, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Auch dann werde ich ein Update durchführen, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich zumindest mal eine kleine Position, vielleicht mit 15, 25 Aktien oder so, einen kleinen Gewinn mitnehme. Das mal soweit zu Palantir. Und ansonsten, wenn wir sonst nochmal uns die größten Positionen anschauen, dann vielleicht hier nochmal Amazon, Microsoft. Ich glaube, da seid ihr gut informiert, auf einen guten Stand. Amazon würde ich vielleicht sogar noch gerne einen Tick weiter aufstocken. Auch die halte ich jetzt von dem Big-Tech-Unternehmen, vom Cashflow vor allem, ein bisschen unterbewertet. Das heißt, Amazon könnte ich mir vielleicht sogar noch aufstocken, die nächsten Tage. Und ansonsten würde ich jetzt vielleicht nochmal auf Audity blicken, wo man ganz schnell durchlaufen. Das war ja die letzte Aktie, wo ich mir ins Depot geholt habe und auch ein bisschen stärker im Depot aufgebaut habe. Und auch hier bei Audity, wenn wir mal drauf blicken, auch eine ganz interessante Aktie im Small- und Mid-Cap-Bereich. Ja, hier. Aktie ganz interessant. Auch die letzten Quartalszahlen, genauso wie bei Palantir, genauso wie bei SoFi, das erinnert mich sehr stark an SoFi, sehr, sehr starke Quartalszahlen. Man macht einfach alles richtig, meiner Ansicht nach. Auch hier das Wachstum enorm stark. Die Bewertung für das Wachstum, was ich hier bekomme, für die Aktie, meiner Ansicht nach, deutlich unterbewertet. Das heißt, meiner Ansicht nach, wäre das Fair Value der Aktie irgendwo Richtung 55 US-Dollar. Das heißt, man müsste sofort von einem Tag auf den anderen um 50% steigen und dann würde man jährlich danach immer noch ungefähr 15% Rendite bringen. Das heißt, ich halte die Aktie weiterhin enorm unterbewertet. Aber hier ist natürlich die Frage, hier spielen auch geopolitische Fragestellungen und Sorgen natürlich eine Rolle einer Aktie aus Israel. Was passiert, wenn der Iran mit der Hezbollah dann doch einen großen Angriff auf Israel startet? Das ist hier immer diese große Frage. Deswegen reagiert der Aktienkurs auch sehr, sehr volatil, manchmal auf politische Fragestellungen. Ich halte persönlich diese politischen Fragestellungen dann vielleicht eher als Chance. Das heißt, wenn es Unsicherheiten gibt, würde ich auch gerne vielleicht nochmal bei Audity ein bisschen nachlegen, weil, wie gesagt, ich kann euch immer nur wieder sagen, meiner Ansicht nach einfach eine Top-Aktie, wunderbarer Cashflow, sehr schöne Margen, sehr schönes Wachstum und meiner persönlichen Ansicht nach, wenn das, was wir hier von den nächsten Marken, also Brand 3 und Brand 4, die ja nächstes Jahr kommen sollen. Da geht es ja vor allem um die Aknebehandlung und zwar medizinisch gradige Aknebehandlung. Wenn das Ergebnis das liefert, was man hier so ein bisschen auch in den Earnings Calls andeutet, wenn das so ähnlich erfolgreich ist wie Il Makiage oder Spoiled Child und die Marke ähnlich stark zieht, dann, dann wird wahrscheinlich das Wachstum noch deutlich stärker sein und die Aktie dürfte meiner Ansicht nach einfach hier durch die Decke gehen. Da weiß ich nicht, ob ich das sagen kann, sagen soll, wie auch immer. Ich halte auf jeden Fall die Aktie bei mir persönlich für deutlich unterbewertet und deswegen habe ich diese Aktie auch in relativ schneller Zeit auf 5% des Aktiendepots aufgebaut. Ich halte aber den Kurs weiterhin, so wie er jetzt ist, immer noch sehr kaufenswert und deswegen habe ich auch die Aktie weiterhin im Blick, um da vielleicht nochmal nachzulegen. Vielleicht in Situationen, wo der Kurs aufgrund von dem Short Seller Report oder irgendwelchen politischen, außenpolitischen Stimmungen dann kurzzeitig absackt und dann würde ich da auf jeden Fall vielleicht nochmal nachkaufen. Das mal der gesamte Blick. Aber wie immer, das ist mein ganz persönliches Depot. Das ist keine Aktienberatung, das ist keine Anlageberatung. Ihr seid natürlich für eure Depots selber verantwortlich. Und jetzt nochmal ganz wichtig, das ist nicht das letzte Video. Demnächst werden noch mehr Videos folgen, aber wenn du jetzt irgendwie eine ganz konkrete Frage hast, weil ich jetzt länger nicht mehr da war, einfach unten drunter schreiben. Ich werde auf jede Frage, die ihr habt, werde ich auf jeden Fall unten eine Antwort geben. Vielen Dank für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dein GD. Ciao. Dein GD.